Neugebauer-Architekten aus Wiesbaden beweisen in ihrer Architektur, dass zeitgenössische Gebäude interessant, strukturell neuartig und von hohem Erlebnisreichtum für Auftraggeber sein können. Das offene und dennoch kompakte Prinzip, mit dem dieses Familienhaus errichtet wurde, zeichnet sich durch eine extrem akribische Detailplanung aus, die darin ihren Ausdruck findet, dass übliche Regenwasserrohre, Kamine und technische Versatzstücke nach streng minimalistischer Planungstradition nicht zu sehen sind. Der Baukörper kann sich hier voll entfalten.